Hier oben könnten wir theoretisch auch eine Terrasse machen, mit Aufsicht auf die Sterne. Eine Creeper-freie Zone. Dieser Back ist ja oft hier mit Creepers bewacht. Tja, also wenn wir die Treppe so weiterbauen, dann ist später vom Berg nichts mehr übrig. So. Mach mal so eine Treppe. So. Hm. Ach, so. Hm, gut. Jetzt müssen wir noch hier mal machen. Sehr wohl. Jetzt haben wir schon wieder genug Dreck für irgendwas. Ach, macht es uns gleich noch ein Frühstück. Als Willkommensgeschenk. Ich zeig dir noch mal gleich mein Willkommensgeschenk. So. Jetzt ist es symmetrisch. Und jetzt noch nach oben bauen. So. So. Jetzt könnten wir eigentlich diesen Berg hier nochmal abtragen. Die Schaufel macht das sowieso nicht mehr mit. Die Schaufel macht das nicht mehr mit, glaube ich. So. So, wie spät haben wir es denn? Ach, schon wieder so spät? Jetzt geht die Sonne wieder runter. Ach. Okay, den Rest könnten wir nochmal wegruppen. Mit der Hand. Komm halt mit Glasen wieder. So. Ich hab mal gedacht, vielleicht könnten wir ja auch noch so eine Wendetreppe nach oben bauen. Ach Mensch, was man hier alles machen kann. Ich hab mir fast runtergefallen. Was? Nein, ne? Nein, ne? Ach, hier sind wir. Ich dachte, jetzt kommen wir so bequem wieder... runter. Hallo? 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 Ach. Tja, dann müssen wir hier wohl noch ein bisschen abtragen, damit man da nicht so leicht hochkommt. Also, ich meine, das Creepers. So. So. Wir müssen ja nicht sofort rein jetzt erstmal. Wir machen das jetzt nochmal schnell fertig hier. Hier die Fläche noch, mehr nicht. So. Das könnten wir ja auch so machen, ne? Ja. Jetzt haben wir einen schönen Berg hier nach oben. Wir könnten eigentlich theoretisch auch noch eine Steinwand da draus machen. Also, Steintreppen. So. Ach, ich dachte schon, kommt hier schon ein Creeper. So, die Wolle nehmen wir mal mit. Und jetzt geht's rein. So, jetzt lassen wir noch ein paar... Lassen wir noch ein paar Skelette spawnen. Was könnten wir hier drinnen noch machen? Ach so, wir könnten hier mal... Ähm... Haben wir am besten noch ein paar neue. So. Ich glaube, wir machen mal wieder eine Steinschaufel. Ich will meinen... Ich will meinen... Ne... Eisen... Sparen... Sparen... Es fehlen uns hier schon wieder Stickys. Mensch, was haben wir für eine Verschwendung hier? Ach... Ein paar können noch spawnen. Währenddessen möchte ich mal schnell hier die Musik ändern. Ähm... Ja, das passt mehr zur Nacht. So, aus den restlichen Stickys könnten wir... Ein paar Fackeln machen. So. Ach, sieht schön aus hier. Ich wollte hier eigentlich da hinhaben. Ach, bald kommen auch endlich... Kommen auch diese... Ähm... Diese Laternen... Ins Spiel. Ich bin nicht so begeistert davon. Ich finde das ein bisschen eher doof. Weil... Tja, dann können wir nicht mehr so... Dann müssen wir immer... Wale töten. Und diese Fackeln gehen ja immer aus. Dann irgendwann... Ich hoffe nur, dass wir dann so eine Woche halten. Also sieben Tage. In Minecraft-Version. Ach, schau mal die. Schnell zumachen, bevor ja noch eins hochkommt. So. Warum hab ich denn jetzt zwei davon? So. 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 Tja, das sieht doch wunderschön aus, finde ich. Warum benutze ich denn nicht die Schaufel? Mensch, manchmal bin ich echt mal ein bisschen blöd. So. So. Acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, jetzt haben wir noch zwei über. Ich glaube, mehr spawnen hier auch nicht, glaube ich. Hier könnten wir nochmal was ändern. Hier so eine Plattform. Das machen wir aber später. Wer weiß, was dann lauert. Hier lauert gar nichts. Ach, ich finde diesen Raum hier etwas leer. Wir könnten ja eigentlich irgendwas hin tun. Irgendetwas können wir noch hier hin machen. Mal gucken. Hm. Schade, dass man hier... Na gut, das könnte man machen, aber... Vasen wären doch schön, finde ich. Jetzt muss man hier alles rausrum. Ich mach mir mal schnell eine Axt. Das geht schneller. Ach, Mist. Jetzt muss ich mir schon wieder hier zwei Stickys machen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. So. Zack. Zack. So. Hm. Jetzt haben wir noch ein freilebendes Skelett. Irgendwo hier unten ist noch eine Höhle. Ach ja, die haben wir ja schon. So. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber... Na ja. Geht doch eigentlich. Jetzt dürfen die Skelette verbrennen. Ja, kommt in die Mitte. Ja, geht doch. Steckt alle an. Na los. Ja, wunderbar. Na, wer überlebt zum Schluss? Das ist spannend. Der sieht K.O. aus. Die anderen liegen weit vor ihnen zurück. Er verliert garantiert, glaube ich schon. Ja, der hat verloren. Huch. Jetzt habe ich alt gedrückt. Das war ein bisschen dumm. Keine Ahnung, was alt macht hier beim Spiel. Aber irgendwas wird hier aktiviert. Verbrennend, verbrennend.